Lieben, verabschieden und nach Hause gehen! Tschüss, das war Danke, Danke! Tschüss! Ja, ich will nicht alle noch verstehen, dass ihr eine Pause habt! Ja, ich weiß, ich hab nicht mehr so viel Power. Ich weiß, also ich bin ja schon am Limit. Also alles? Ja, ich bin am Limit. Dann musst du noch ein bisschen an deiner Fitness liegen. Scheiße! Komm, wir müssen schon was da. Wir fragen aber noch mal die Leute, die auf die Bock haben, mit uns ans Limit zu gehen. Ja, sonst immer fragen wir die Leute mal lieber, ob sie schon am Limit sind. Könnt ihr noch? Seid ihr schon am Limit? Ja? Ja? Ja, ich hab'n... Ja, oder war das ne? Seid ihr schon am Limit? Ja, heißt das doch, oder nicht? Oder wollt ihr mit uns ans Limit gehen? Ja! Das war... Respect, man! Das war... Frag doch noch mal ganz auf Kryptik-Art. Wollt ihr... mit uns... 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 es... uns... 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 Danke schön.